Motorola hat auf der IFA 2014 neben dem neuen Moto X und dem neuen Moto G auch noch einmal seine Smartwatch Moto 360 vorgestellt. Auf der Uhr läuft Googles Betriebssystem Android Wear garniert mit ein paar Features von Motorola selbst. Hier sehen wir gerade die Boot-Animation. Zum Preis, die Uhr wird Anfang Oktober in den Handel kommen und voraussichtlich 249 Euro kosten, das ist die unverbindliche Preisempfehlung. Beim Design hat sich Motorola an klassischen Armbanduhren orientiert, dadurch wirkt die Moto 360 relativ stilvoll und nicht so futuristisch modern wie die Uhren von LG oder von Samsung beispielsweise. Das Display misst 1,56 Zoll, es ist ein LCD-Bildschirm und geschützt wird er durch Gorilla-Glas, das gegen Stöße und Kratzer eben schützen soll. Die Auflösung beträgt 320 x 290 Pixel und ein Helligkeitssensor sorgt dafür, dass sich die Helligkeit variabel einstellen lässt. Gehalten wird das Gehäuse von einem Lederarmband, hier hat man die Wahl zwischen schwarzem oder grauem Armband. Auf der Rückseite finden wir keinerlei Steckplätze oder sonstige Kontakte, die Uhr ist gegen Spritzwasser geschützt nach IP67 Zertifikat. Geladen wird sie drahtlos und sie unterstützt den Qi-Standard. Will man sie aufladen, legt man sie einfach in eine Ladestation, dann wechselt der Bildschirm und zeigt den verfügbaren Akkustand an. Das schlichte und simple Design des Gehäuses überträgt sich auch auf die Watchfaces. Hier stehen insgesamt sieben zur Auswahl, die alle sehr an klassische Armbanduhren erinnern. Motorola setzt hier weniger auf digitale und bunte Anzeigen als zum Beispiel LG oder Samsung. Durch langes Drücken des Powerbuttons gelangt man in die Einstellungen, das kennen wir auch schon von anderen Smartwatches. Hier haben wir die üblichen Einstellungen zur Verfügung. Außerdem mit an Bord ist ein Pulsmesser und ebenfalls ein Schrittzähler ist drin, auch den kennen wir schon von anderen Smartwatches. Sprachsteuerung funktioniert ebenfalls, einfach OK Google in die Uhr sagen und schon kann man verschiedene Anfragen losschicken, zum Beispiel nach dem Wetter. Man kann die Uhr allerdings auch auffordern, den eigenen Puls zu messen. Nach diesem kurzen Einblick in die Moto 360 können wir wohl sagen, dass Motorola hier echt ein überzeugendes Produkt gelungen ist. Für uns und auch für viele andere ist es die bisher schönste Smartwatch mit Android Wear. Einziger Nachteil, man muss sie nach wie vor an ein Smartphone anbinden. Alleine funktioniert sie noch nicht, aber das hat die Moto 360 mit allen anderen Android Wear Uhren gemeinsam.